hallo und herzlich willkommen zu minecraft hide and seek ja hier ist euer dumme nach ein paar tagen mal wieder ich bin immer noch sehr erkältet ich glaube man hört es auch noch ich habe gedacht heute mal zu einer runde hide and seek auf fmc.com und ja ich habe ich habe mich gar nicht rausgesucht ich habe gedacht du brauchst du morgen ein video und dann machst du jetzt 1 weil sonst kommen fünf tage lang auf dem kanal keine videos und das hatte ich eigentlich so noch nicht und soll auch so nicht weiter sein sage ich mal so ich bin wirklich krank also wenn ich da irgendwie hustet ins mikrofon verzeiht es mir verzeiht es mir ich versuche es beides gehen zu unterdrücken und ja keine ahnung ist halt ein bisschen fail und so ne ja ansonsten ich habe mit marco diesen 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 ding unterdrücken wenn dieses dieses husten es ist voll schlimm na ja auf jeden fall ich habe mit marco gesprochen und der wollte mir was aufnehmen nur da wollte ich musste ich gerade nee da wollte ich nicht da musste ich gerade zum arzt gehen und ja daher konnte ich nichts aufnehmen mit dem also war heute eigentlich als es gestern also war nee stopp ihr seht es dann seht ihr das ach keine ahnung auf jeden fall wollte ich heute mit dem aufnehmen und dann ging das nicht äh wir nehmen mal ja keine ahnung wir gucken einfach mal was für ein das ist wie gesagt war alles ein bisschen fail und ich bin einfach noch derbs erkältet aber ich kann ich verspreche euch ja das ist die nächsten tage und ich kenne die map war nicht lol lol neue map ok lol ah der geht raus ach so die map ok ja war jetzt dumm von mir ja das ist ein bisschen auffällig wenn ich hier hingehe ne ja ist auffällig egal jodo boah nee komm scheiß drauf keine lust dass ich da jetzt äh gefunden werde so nein nein so ach du scheiße naja auf jeden fall wie gesagt ich habe ja so zwei drei kleine themen mit dem über die wenn ich jetzt reden will so quasi ein ganz großes thema ist neues projekt auf jeden fall ich brauche neues projekt oh gott oh gott auf meinem kanal neues projekt um was es sein wird lasst es überraschen ich bin da auf jeden fall gerade am plan damit auf jeden fall der quip cola und ne der quip crafter genau und der Marco auch dabei sein ähm wer hat noch müsste einfach gucken und euch ähm überraschen lassen aber es ist ein kleines projekt nix großes aber einfach ähm ja mal was anderes finde ich was anderes außer diese ganzen sagen was eh kommen weil es da teilen wird es einfach langweilig ist ja klar es ist normal ich meine es wird immer nach der zeit irgendwie langweilig für jemanden auch für den zuschauer naja muss man immer schauen was man da abwechslung rein bekommt und ich denke ein projekt wäre das optimale heute wie ich krank bin ja ich kann wirklich kaum sprechen das ist echt sowas von krass und äh ja deswegen ist es für mich eigentlich schon fast eine tortur dass ich ein video mache das ist für mich echt schon an der grenze weil es ist einfach so derbs krass wenn man krank ist bekommt kaum tone raus und seit paar tagen jetzt schon länger es ist echt scheiße und jetzt war ich heute vom arzt dann wollte der mich krank schreiben und ich will mich ja nicht krank schreiben lassen weil ich arbeiten gehen muss und weil ich einfach nicht oft fehlen kann ist einfach so ja das macht wenn ich immer arbeitet und ähm war halt ein bisschen fail und ja ich hoffe dass die nächsten tage auf jeden Fall mehr videos kommen deswegen gibt es ein kleines halt ins video einfach nur so informativ und und so und so und so dies das ähm ja wenn ihr ein paar thema über die wir nächste mal reden können das nächste mal über die wir das nächste mal reden können so in die kommentare damit jeder kommentar egal was es ist ne werde ich kommentieren meine meinung dazu abgeben und wie gesagt einfach mal einschreiben da unten in die kommentare vielleicht ja ähm ansonsten ja es ist sehr schlimm es ist sehr sehr schlimm oh gott da kommen ganz viele oh gott oh gott ja ich habe jetzt mal das soatex textvollen pack drin ich finde es sehr sehr geil sehr sehr geil übrigens sehr sehr geil sehr sehr geil wie sie alle einen blocken daher rennen ne statt sich nicht aufteilen aber naja YOLO aber zu mir kommt es jetzt gerade nicht muss ich echt sagen geile sache vielleicht gibt ne wir gewinnen ho ho oh mein gott war der der war dumm der war ganz schön dumm der war genau hier gesch- alter deswegen liebe ich halt und sie ich liebe es einfach komm komm bitte lass uns gewinnen bitte diese stelle ist perfekt sie ist einfach perfekt oh ja oh gott oh gott oh gott der guckt schon so wohin da verpisst dich genau geht da hoch genau gute idee da oben gute idee ne aber sehr sehr keine map muss ich eigentlich sagen weil hier gibt es sehr sehr viele orte wo man sich einfach hinstellen könnte als verstecker sieg ist glaube ich gell ne ja heider genau hide and seek ja ich bin auch ein bisschen dumm ne mhm wie gesagt meine stimme ist wirklich der abt einfach nur weg und es ist einfach nur sehr sehr scheiße in letzter zeit man kann auch kaum noch skype mit leuten weil man einfach wirklich so ein hals hat ja und da geht man auch arbeiten sitzt nicht noch an der kasse man kann kaum noch reden und es wird einfach nicht besser es wird einfach nicht besser wie die drei leuten die da herren in einem block drei leute ja auf jeden fall vielleicht könnt ihr mal reinschreiben was es so altbekannte mittel gibt gegen halsschmerzen gegen husten gegen die ganzen sachen keine ahnung meine stimme ist einfach abgefuckt und scheiße gerade hört man einfach auch wie ich schon gesagt wie ich auch schon gesagt habe ein neues projekt folgt ja kurzes video heute leider ich hoffe es hat euch trotzdem so weit es oh gott oh gott es hat euch hoffentlich weitestgehend trotzdem gefallen und wenn ihr mehr davon sehen wollt könnt ihr einen daumen hoch da lassen oder einen kommentar ein kommentar würde mich sehr freuen oh gott komm ich gewinnen oh ja ein kommentar würde mich sehr freuen mich schon gesagt ansonsten würde ich sagen haut rein oder eigentlich eigentlich ja aber das ist jetzt einfach ein bisschen meine stimme ist einfach weg und da habe ich auch nicht richtig bock drauf von der runden dran zu hängen ich hoffe ihr versteht das und ja wie gesagt und ich hoffe halt wir sehen uns beim nächsten mal ansonsten abonnieren ist wie gesagt kostenlos könnt ihr gerne machen ist aber kein zwang naja ja ich mach es kurz und knackig ne tschüss das ist das ist das ist das ist das ist das ist